Willkommen zu einem neuen Video CS GO diesmal. Ich nehme die ganze Zeit einen schwarzen Bildschirm auf. Oh, ja gut, jetzt nehme ich... Was war die Bombe? Jo, die Bombe liegt hier. Jetzt nehme ich auch wirklich auf. Damit willkommen zu einem neuen Video CS GO. Wir sind zwar schon ziemlich am Ende, aber wir spielen noch eine Runde. Weil schwarzer Bildschirm wurde noch aufgenommen. Weißt du, was in dem Spiel fehlt? Was denn? Rufmesser. Ui. War er da unten grad? Ja, na klar, der hat ja mir hier ne Scheibe eingeschissen, ne? Oh! Ne, lass ihn. Minus 93. Ein Schuss. Wie viele müssen wir gewinnen? Zwei noch. Muss man aufhörmliche Wechsel schieben? Ja, toll. Dann müssen wir uns erstmal an die Taktik halten. Jo. Auch er schon wieder auf dem Dach am rumkrauchen. Wie, echt? Ne du! Feuer? Wo auch immer das hin sollte. Oder gegen. Oder... Nicht zu uns ist egal. Keine Ahnung. Keine Chance. Jetzt. Es ist immer denselbe, ne? Ja, ja. Mit einem Schuss. Was? Er macht nur Kopfschüsse. Äh, Gecko. Nichts, 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 nichts. Gar nichts. Gecko. Keine Smoke? Nein. Nichts. Ja, einer schniebt. Hast du den anderen? Ah, tot. Ja, das ist wieder der. Man kommt nicht gegen seine Diegel an. Wo schießt der denn hin? Ey, wenn du ihn jetzt erwischst, ohne... Er weiß nicht, wo du bist. Also schön leise. Er ist über mir, ne? Ja. Ja, bleib mal da. War nicht smart. Jetzt wissen die, wo du bist und planten jetzt. Was? Oh, wir haben erst mit dem Projekt hin. Nein! Nicht nachlassen! Ah! Alter, wie scheiße sind die? Geben wir mal mal. Hast du die Tür gerade wieder zugemacht? Nee. Ah. Ja gut, aber der andere... Ich geh mal mit... Ich versuch mal mit dem Negevielwurf zu kommen. Schaff ich natürlich nicht. Oh, HC erledigt. Ich hab keinen Bock mehr. Das war... Das war die einzige Runde heute in diesem Spiel. Ja genau. Lass die Smoke auslaufen. Ich hab einen Arm. Profis würden sagen... Oh. Hol dir die ARPB? Was ist die gar nicht? Was ist die gar nicht? Hier. Oder ist er das? Klar. Warte mal. Oh, ey, ich hasse es, ne? Hab ihn. Der andere ist auch da. Hm. Geil. Gegner aggressiv machen. Das ist alles Taktik. Alter, die hatten die Billig-Sniper. Kannst du ihn wieder anmachen? Alter. Ja, schön. Ich find das super. Ja. Der Eide blüht ein kleines Küken. Ja. Das ist echt... Alter, das müsste es einfach so als Musik-Kit geben. Stell mal vor... ...und dann gewinnst du ne Runde. Oh, nee, ey. Ich kann das nicht noch ne Runde. Hey, wieso ist das noch geil? Nein, das ist nicht. Komm, eine noch. Eine noch. Nein. Eine. Eine. Dann geh ich dir nicht um den Sack damit. Ja, dann reicht aber auch. Ja, ja. Dann reicht. Reicht, Sadler. Das war doch zu geil. Boah, ich fand die Runde super. Ein kleines Vieh überlein. Auf der Heide blüht ein kleines Küken. Warum ist es eigentlich das Lied? Was? Na, warum dieses Lied? Ich frag mich. Die Amis, die denken halt wirklich, dass das das größte Nazi-Lied es was gibt, ne? Hä? Das hat doch gar nichts damit zu tun. Nee, hat's auch nicht. Das ist doch einfach nur ein altes Lied. Ja, gut, wenn du Ecke auf den Panther, der Erika hieß. Aber... Oh. Das ist ja was anderes. Ja. Es gab auch den dicken Max. Oh, ist die bescheuert, Alter. Wer denn? Oh, ist schon Video-Lied. Jetzt versucht mit dem... Meinst du? Er steht an der Wand-Ecke. Versucht mit dem Hammer ein Telefon abzukloppen und kloppt genau die Ecke von der Wand weg. Alter. Er ist da. Er ist einfach profi. Er ist jetzt schon verloren. Er ist jetzt schon verloren. Ah! Oh! Hohoho! Junge! So einer ist das also. Ja, er gibt nur Headshots. Oh! Oh! Ey man, erkennt hinter diesem ganzen Blut, was da an der Wand klebt, einfach den Gegner nicht, ne? Ja, ist schwer. Ah, ich wollte ihn messern. Die können diesen nicht fallen lassen, Messer. Und warum schraubt ihr? Hör auf! Hör auf! Hör mir jetzt einfach gar nichts. Hey, du willst. USPS. USB. Hey, ey, was? Unten, beide. Nimm dir die Duels von mir. Mal rennen die ich. Ja, einfach nur droppen und rüber rennen über die Leiche. Alter! Und jetzt den anderen noch. Also einmal, ich weiß nicht, H ist glaube ich droppen. Oder G. Und dann einmal bei meiner Leiche rennen. Ne, er hat den. Hör mich nicht bei Headshots. Ja, das ist der. Nein, beide. Beide. Also der hat mir noch... Der andere hat mir dauernd Headshots gegeben. Achso, ich fand der andere... Der komische Typ. Ja, die hier. Aber die Nova? Bleib mal am Spawn stehen. Komm, über hinten, ne? Ja. Ja, unten. 71 in einem Treffer, die Blenden. Der eine. Geh links lang. Alter, sterb. In dem einem habe ich 71 in einem Treffer gegeben. Ja, ich kann nicht mal reagieren. Mh. Ja? Ja. Komm, geh. Alter! 80. 50. Zum Kotzen, Alter. Geh'n auch noch rum. Alter! 50. Ja, bleibt da stehen. Da erwartet er dich hoffentlich nicht. Und der hinten rum? Weiß ich nicht. Kann sein. Oh! Oh! Alter! Das war gut. Oh, tausend? Aber das ist Statwack, Flashback. Statwack, Flashback. Was? Ja, so heißt das Skit. Statwack, Flashback. Gibt's eigentlich ne, ne? Hier unten wieder? Komm wahrscheinlich wieder bei dir lang? Nein, sie sind hier unten. Hier bei mir. Okay. Hab' einen. Oh! Komm' wieder hier. Guck' weg. Oh! Nochmal. Komm' glaub' ich hinten. Hammer gegeben. Alter, der andere tauschen da. Bombe liegt. Hier! Geil. Nicht oben? Doch, oben, ne? Yo, Flash. Jetzt kommen sie bestimmt. Noch ne Flash. Noch ne Flash. Noch eine. Fuck. Voll rein die Glotze. Okay. 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 Genau. Okay. Jetzt kommen sie wieder. Okay. Okay. Alter, was? Nicht hinhocken mit der Tech. Ja, nee, also... Ich brauch's nicht. Versuchen. Null den Schaden. Ja, ja, es ist... Die Mac-10. Die nehmen wir. Alter, warum trampelt man hier so laut? Als wenn die Bretter lose sind hier. Warte, warte, warte. Oben. Ich hab einen. 12 HP nur noch. Nice. Ähm. Und weggucken. Einer links. Ah, nee, es wird auch hier. Ja, wie haben wir grad eigentlich... Wie sehr haben wir die Flashbangs verkackt? Und los. Zugriff. Ich weiß noch eine. Oh, fuck, nee. Verloren. Wir haben keine Präzisionswaffe. Wir sind tot. Kannst du hochgehen. Der steht da hinten, ja? Geradezu? Hä? Wo kommt er denn her? Komm er denn auf einmal her. Muss ich auch erst mal noch reporten eigentlich? Äh, das war ja mal richtig smart von ihm. Wo bin ich denn rübergehüpft? Hier, HP nur noch. Richtig smoke? AWP hat der. Plente, Plente, Plente. Hier. Hier in die Ecke. Hier. Ja, du musst dann weggehen. Nicht da. Ja, genau. Geht das nicht mehr? Nein. Weg hier hin. Plente, richtig. Ich habe ihn im Auge. Ja, 64 habe ich ihm gegeben. Ah! Er hat uns beide gekillt. Wie auch immer. Keine Ahnung. Deswegen jetzt P90, Jesus. Wo ist der letzte? Weiß ich nicht. Ich habe... Ne? Da steht er. Oh! Oh! Hier, nimm. Oh, die P90 ist so geil, ne? Ne, genau. Ne. Andere oben, andere oben. Rennt rum, hier nach hinten. Ich habe ihn ausgeräuchert. Bissen. Binden. Oh, sag doch das vorher. Einer tot. Bombe. Ja! Perfekt! Oh! Alter! Oh, ist das geil! Oh, das hättest nicht gedacht, wa? Not.